Wenn über 20.000 Sängerinnen und Sänger und Chöre aus über 90 Ländern zusammenkommen, sind wir dabei. Ein junger, dynamischer Chor. Und seine bisher größte Herausforderung. Die Olympiade der Chormusik. 20 Sängerinnen und Sänger. Vier Stimmgruppen. Ein Chorleiter. Und ein Ziel. Und ein Ziel. World. Wire. Wire. Games. Und ein Ziel. 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 Wettbewerb in Prag hatten dort nicht nur viel Freude, sondern auch großen Erfolg. Jetzt wollen wir noch eine Schippe drauflegen und zu den World Choir Games nach Südafrika fliegen. Der zehntägige Wettbewerb findet im Juli 2018 statt. Das Ziel der World Choir Games ist die Begegnung verschiedener Chöre und der kulturelle Austausch. Vor Ort gibt es nicht nur Wettbewerbe, sondern auch Workshops und Freundschaftskonzerte. Es ist eine tolle Gelegenheit, andere Chöre kennenzulernen und sich musikalisch zu vernetzen. Wir können unsere Musik in die Welt hinaustragen und viele neue Erfahrungen machen. Das Einzige, was uns dazu noch fehlt, ist Geld für die Anreise. Und wir würden uns über Ihre und Eure Unterstützung freuen. Spenden Sie jetzt und helfen Sie uns, unseren Traum zu verwirklichen. Vielen Dank.